Und so weit fliegen wie ich nur möge. In den Kreis. Kreis, Kreis, Kreis. Sehr schön. Das war's. Das war's. Was ist das Lübe? Was ist das Lübe? mit einer mit den links wieder was am weitesten weg von einem von den kern oder großer grüner oder du warst zu dicht an jemanden dran mit debuff weil zu weit weg kann eigentlich was nicht sein wenn was zu dicht an einem bitte er kommt noch einmal noch eine mitte ich brauche ja, ist doch gut sorry, das war ich ich habe keinen mehr zu mir ach scheiße der flieger ab in die mitte ja, weil ich mich mal aufheben würde, wäre es schön jetzt koin ich meine mitte nicht ich nicht ich nicht Dankeschön. Ich mach schon mal... Ah, ich mach immer ruhig einen Windschirm rein. Jetzt krieg ich. Ich brauch mich nie aufheben. Sagt mal ein Tier. Moment. Das ist ja. Nein, irgendein Kreisheim. Jetzt liege ich- Also, Frostkreisheim, ich rede ein bisschen heilung. Ach, scheiße. Alter, jetzt höre ich ihn drin stehen. Ich glaube, das sieht gut aus, Jungs. Ich denke daran, jetzt könnte auch gleich der schwarze Doonat kommen, in die Mitte dodgen. Dodgen? Bin schon gedodgen, aber nix, ey. Ach, jetzt neun Prozent. Komm mal raus. Ah, nee. Doonat. Ich glaub's nicht, ey, Leute, wie soll er das sagen, ey, das ist doch echt komisch. Hä? Wir dürfen Elke nicht erzählen, man meint hinter den Lea, das liegt ja nie. Könnte passieren, ja. Wege. Ah, das finde ich nicht. Scheiße. Komm. Letzten zwei Prozent, wenn du aufzählst. Ja, ein Prozent, aber ich krieg. Nicht mehr lang. Ja, sehr schön. Unklar. Ja. Sehr schön. Ja. 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 Ja.